Ich bin Roni Vogt, und komme von Balzers. Ich wohne dort seit 23 Jahren. Ich bin mein ganzes Leben bereit. Ich studiere momentan Informationswissenschaft in Chur und beschäftige mich mit Film und Philosophie. Ich bin zum Schreiben gekommen. Grundsätzlich schreibt man ja, wenn man in die Schule kommt, in der Freizeit, dass es einem durch den Kopf geht, über was man so nah studiert. So sind eigentlich die eher literarischen Sachen entstanden. Der Untertitel von diesem Buch heisst »Eine gedankliche Irrfahrt«. Und dann sieht es eigentlich auch, es ist im Prinzip ein Gedankengang, mehrere Gedankengänge zu einer Situation, die so dargestellt sind, dass man beispielsweise in der Realität, in der Wirklichkeit finden wir Sackgassen vor, was der Moment hört, was die Situation hört, aufhört, und wir eigentlich nicht mehr weiterkommen. Und die Literatur erlaubt uns, an diesen Sackgassen, an diesen Wänden, wenn wir vor der Wand stehen, weiterzulaufen. Und dann ist es im Prinzip so, die Idee auf dem Buch war, dass ich auf den gedanklichen Irrgängen, den gedanklichen Irrfahrten, die unbekannten Gegenden der Wahrscheinlichkeiten und Situationen besuche. »Ach!« Und dann zählt eigentlich die Idee der Zoasi. Ein tropfartiges Geräusch störte die Ruhe meines nichtssagenden Traums. Sobald sich meine Augen, sie schienen über Nacht mit Stahl übergossen worden zu sein, vom ersten Schock der sonnenbedingten Blendung, die sich am Fenster durch einen kleinen Spalt als ein giftig-greller Strahl in die Zimmermitte warf, erholt hatten, wanderten sie, immer noch halb geschlossen, in Richtung des Lavabos, das etwa zwei Meter vor unseren Betten zwischen der Dusche und der Toilette in einem mit dem Schlafraum verbundenen Einbuchtungsraum stand und blickte, wie bereits in einzelnen Nächten zuvor, entnervt auf den Wasserhahn. Doch ein Tropfen konnte ich nicht erkennen. Ich konnte nichts erkennen. Wie auch. Ich hatte keine Brille auf, sah gerade nur die Umrisse des weißen Beckens. Ohne den Kopf zu drehen, griff meine Hand auf das kleine Kästchen, das neben meinem Doppelbett an der Wand angebracht war und außer einem alten Büchlein mit Kurzgeschichten, einem halb gegessenen Schokoladenriegel vom Automaten, den ich mir irgendwann in der letzten Nacht geholt hatte und neben meiner Brille nicht mehr viel Platz für anderes übrig liess. Aber wie bereits in den Nächten zuvor, war meine Brille im Verlauf der Nacht ihre eigenen Wege gegangen und irgendwo zwischen den wellenartigen Ausbuchtungen meiner Bettdecke verschwunden. Auch hier griff ich wieder, wie schon unzählige Male zuvor, fast automatisch auf den Teil der Matratze unter dem Kästchen, an dessen Stelle ich sie dann schliesslich fand. Sogleich glitt sie im Schlepptau meiner Hand über den Deckenrand zu meinem Gesicht und ich setzte sie auf. Meine Augen konnten den immer noch fixierten Wasserhahn nun deutlich und in seiner ganzen Gestalt erkennen. Wach konnte man diesen Zustand nicht nennen, denn bis ich bemerkte, dass das störende Geräusch nicht vom Wasserhahn kam, wandte ich mich schon wieder ab, sicher das Tropfen ignorieren zu können. Doch da huschte vor mir, vollkommen unerwartet, etwas flasend schnell vorbei und landete mit einem mir wohlbekannten, dumpfen Tropfgeräusch auf dem matten, blauen, mit weißen Körnchen versehenen Boden. Dort hatte sich in einer noch nicht unbestimmbaren Zeit eine ebenfalls unbestimmbare Anzahl Tröpfchen zu einer kleinen Lache zusammengefunden. Rot, ein dunkles, nicht spiegelndes Rot, vom Licht der Sonne verschont. Notfall Untertitelung des ZDF, 2020